Musik Ahoy Leute und herzlich willkommen. Es ist lange her, ich hatte die letzte Zeit irgendwie derbe Stress und ja, Frauenprobleme halt. Aber ich bin jetzt wieder da und heute gibt es mal wieder ein Crusader-Build, diesmal einen itemabhängigen, kein Beginners-Build. Und zwar gibt es heute den Captain America-Build. Nennt sich so, weil man dafür die Schilde benutzt und es hat halt so ein bisschen was von Captain America, wenn man die so rumschmeißt. Aber mehr dazu, wenn es geladen hat. So, und zwar ist das echt ein entspannter Bild. Kann den momentan so auf Qual 4 circa spielen, wenn ich alleine bin. Mehrere natürlich höher. Aber ja, wir fangen mal mit den ganzen Skills an, würde ich sagen. Und zwar benutzen wir gesegneter Schild mit splitternder Wurf. Das Ganze basiert auf Heiligschaden. Deswegen haben wir hier diesen gesplitterten Schild. Der springt dann so ein paar Mal hin und her, wenn der Gegner trifft und so pingpongartig zwischen den Gegnern hin und her. Ja, Himmelsfuror habe ich auch auf jeden Fall drin auf Rechtsklick. Das ist der mit dem Dingensschaden, mit dem kleinen Flächenschaden, wie man hier schön sehen kann. Bin wahrscheinlich gerade voll am Schreien, weil mein Headset so laut ist. Aber ist ja auch alles halb so wild. Ja, als Eins-Unterstützung habe ich Cavallerie mit Ausdauer drin, weil man halt 3 Sekunden reitet. Das ist praktisch, wenn man durch Gegnerhorden durch möchte oder irgendwie in Arkan steht oder so ein Scheiß. Dann kommt man da ziemlich schnell weg und kann sich eben ein bisschen heilen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Ja, hier habe ich Akarat Champion drin mit Hass. Das erhöht nochmal unseren Attack-Speed um 15% durch die Rune. Und wir haben halt mehr Schaden, Zorn-Regeneration, die wir nicht brauchen in dem Falle. Ja, aber die 35% mehr Schaden, die hauen auf jeden Fall schon mal einiges raus in den 20 Sekunden. Und auch besonders praktisch für Überbosse, Elite-Gegner oder so, dass man sich das dann dafür aufspart. Ja, hier habe ich Schuldspruch drin mit Entfesselt. Da könnt ihr aber auch gerne variieren, je nachdem, was ihr da gerade so haben möchtet. Also der ist nicht zwingend notwendig für den Bild. Ich finde es ganz praktisch, wenn man in einer Gegnerhorde steht, einfach mal so eine Explosion loszulassen. 15 Meter Radius hat das Ganze. 1160% Waffenschaden. Und ja, weiß ich nicht, läuft alles über Holly, also kriegt man da ordentlich Prozente drauf. Ja, weil ich ziemlich oft in der Gruppe spiele momentan, weil sich das ja auch momentan echt lohnt. Muss ich sagen, Gebot der Tapferkeit mit dem Attack-Speed und dem 100% Crit-Chance für 5 Sekunden ist, das meine ich, ist auf jeden Fall wahnsinnig geil. Also für Gruppe, finde ich, ist ein Must-Have. Ihr könnt natürlich hier anstatt Schuldspruch oder Gebot der Tapferkeit Eisenhaut oder sowas reinmachen. Dann könnt ihr auch höhere Tormundstufen fahren. Hier habe ich Unzerstörbar drin. Dann werden wir halt nicht getötet, wenn wir tödlichen Schaden erleiden. Sondern, ja, außerdem wird euer verursachter Schaden um 35% euer Leben pro getöteten Gegner um 82.526 erhöht. Keine Ahnung. Dieser Effekt hält 5 Sekunden lang an und geht halt nur alle 60 Sekunden. Ich habe mir den noch gar nicht durchgelesen. Ich weiß, was er bringt, aber ich habe ihn mir nicht durchgelesen. Inbrunst, einmal 15% Abklingzeiten weg und 15% mehr Attack-Speed mit einer Einhandwaffe, die für diesen Build ein Must-Have ist, auf jeden Fall. Pracht ist kein Must-Have, aber, weiß ich nicht, ich finde es ganz nett eigentlich, wenn man es mit drinne hat. Die 1,5% Stärke hauen es jetzt nicht so raus. Ist aber trotzdem schön, wenn man die drinne hat. Und hier haben wir nochmal Turmhoher Schild. Der ist auf jeden Fall ein Must-Have für diesen Build. Weil er den Schaden von gesegneter Schild um 20% erhöht. Ja, gleißender Schild, die 30% ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Have, dass man den noch mit reinnimmt. Man kann es machen, weil man 4 Sekunden lang 20% mehr Schaden macht. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Obwohl das sein kann, ich habe den noch gar nicht ausprobiert mit dem Build. Mit den 15% Abklingzeit ist der vielleicht doch ganz praktisch. Also, ihr könnt es mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ich bin auf eure Meinung sehr gespannt. Ja, ach genau, was ich euch noch zeigen wollte. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Das habe ich letztens mit dem Raza gemacht. Keine Ahnung, warum ich euch das jetzt zeige. Aber wenn ihr die 2 drückt und dann die 1 und dann zu zweit nebeneinander steht oder voreinander oder so, sieht das aus, als wenn die Schere Stein Papier spielen. Finde ich ganz witzig. Irgendwie so ein kleines E-Stack oder so. Keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal erzählt haben. Ja, und zwar benutzen wir hier auf jeden Fall elementar wichtig den Gervalkenfuß. Der nimmt nämlich unsere Ressourcenkosten vom gesegneten Schild. Ja, sonst sollte da halt Stärke drauf sein. Dann kann man gucken, Prozent Schaden, Attack Speed, vielleicht Uplinkzeit auch noch drauf. Angeblich kann da auch Holly Damage drauf kommen. Habe ich allerdings noch nicht gesehen. Ja, Schuhe, ganz normal. Standard solltet ihr auf jeden Fall mit All-Ress Stärke Vita haben. 10% Bewegungsgeschwindigkeit. Muss nicht sein, musste ich jetzt, weil ich noch ein bisschen All-Ress haben wollte. Da könnt ihr, meine ich, auch den gleißenden Schild drauf rollen als Damage prozentual. Bis zu 15% meine ich geht das. Also würde ich da auf jeden Fall den Schild drauf rollen. Wenn es denn geht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Was nicht unbedingt ein Must-Have ist, aber eigentlich doch schon pervers geil für diesen Bild, ist gesegneter Schild. Weil der auf bis zu 6 Gegner weiter überspringt. So haben wir jetzt 2 Stück. 3. 3. Und so springt er halt wesentlich öfter hin und her, was den Damage ungemein nach oben treibt. Also auf jeden Fall mit reinholen. Ja, hier Tiefenbühler, ganz normal. Standard, Stärke Vita, All-Ress. Hier habe ich noch so einen kleinen Crap-Ring drin. Da würde ich auch gucken. Also Ringe sind meiner Meinung nach pure Damage-Bringer. Also auf jeden Fall Stärke drauf, Crit-Schaden, Crit-Chance. Attack-Speed ist auch richtig geil bei dem Bild. Vielleicht würde ich auch auf Attack-Speed gehen. Müsst halt gucken, dass ihr Crit-Chance und Crit-Schaden so zusammen 1 zu 10 Verhältnis habt. Für 10% Crit-Chance, dann 100% Crit-Schaden und so weiter und so fort. Ja, Stein von Jordan. Auch eigentlich ein Must-Have für höhere Qualstufen. Wegen dem Elite-Damage, die 28%. Außerdem Must-Have wegen 18% Holy-Damage. Funktioniert auch ohne der Bild. Aber ich finde Elite-Gegner damit dann doch ein bisschen mühselig. Von daher sollte man auf jeden Fall Holy-Damage draufhaben und den Schaden gegen Elite-Gegner. Der Stone of Jordan ist außerdem relativ geil, weil ich hier Crit-Schaden draufgerollt habe. Ist aber nicht ganz so wichtig. Hier habe ich jetzt den Wets-Riemen drin. Genau da wollte ich euch nämlich noch was zeigen. Muss ich mal gerade auf meinen anderen Crusader wechseln, den ihr dann auch noch sehen werdet. Hier, der kleine Hübsche. Und zwar den hier solltet ihr haben. Hüftgut der Harringtons. Das sieht jetzt nicht sonderlich spannend aus. Ihr werdet auch nicht so viel Schaden rausholen, wie mit einer Geisterstunde, mit Hüllenkatzen-Gut oder so. Zumindest nicht Paper-DPS. Aber Paper-DPS ist absolut nicht aussagekräftig. Genauso wie dieser Elemental-DPS auf Diablo-Progress. Weil wenn ihr hier eine Truhe öffnet, haben wir 10 Sekunden 126% mehr Schaden. Und zu Truhen zählen nicht nur normale Truhen. Es zählen prächtige Truhen, es zählen Leichen, es zählen diese Bücherregale, diese blauen, die ihr in der Kathedrale findet. Lose Steine zählen. Alles, was ihr prinzipiell aufdrehen könnt, wo dann so eine blaue Brandung kommt. Die Bücherständer, wo ihr diese Storys rauskriegt, zählen, meine ich auch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 126% bis 135 geht der, glaube ich, oder 130. Wahnsinnig geiles Teil. Also, wenn ihr den findet, nicht verkraften. Ohne Scheiß, probiert's aus. Ihr werdet mir dankbar sein. Ja, Amulett, das ist jetzt noch ein bisschen crappy. Crit Chance, Crit Schaden und nur 14% Holy Damage. Aber, solltet ihr versuchen, Holy Damage draufzukriegen. Ist ein bisschen mühselig, aber kostet prinzipiell nur Markise von allen vier Sorten beim Juwelenschmied. Und ich würde es auf jeden Fall mal machen, weil da kriegt man auf jeden Fall ziemlich schnell ein gutes gelbes Amulett raus. So nach, keine Ahnung, 100 Versuchen oder so. Oder vielleicht auch 50. Vielleicht habt ihr auch beim ersten Mal Glück. Hier habe ich nur eine Black Suns drin. Da will ich eigentlich noch die Akkerns drin haben, weil ich auf das Akkern-Set gehen wollte. Auf einen Vierer. Weil wir mit dem Akkern-Set halt nochmal 50% Ressourcenkosten sparen können. Ach ne, brauchen wir hier gar nicht. Okay, scheißegal. Macht rein, was ihr wollt. Ich verwechsel gerade meine zwei Bills, tut mir leid. Ja, Amshin ist eigentlich Latte. Hauptsache Amshin mit Holly-Damage-Stärke, Vita und Crit-Chance. Da gibt es auch meiner Meinung nach keine, die jetzt für den Bild unbedingt notwendig sind, die man reinmachen sollte. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Könnte Lacuni-Schleicher reinmachen, wenn die mit Holly-Damage gehen und ihr ein bisschen auf Vita oder Stärke oder so verzichten könnt. Halt wegen der mit Tag-Speed-Schultern. Auch relativ egal. Stärke, Vita, All-Res. Ressourcen-Kosten ist totaler Quatsch da drauf für den Bild. Und hier Handschuhe. Ja, Stärke, Attack-Speed, Crit-Schaden, Crit-Chance. Ja, das Einzige, was ihr vom Akkern-Set mit einem 6er-Bonus, wo ihr einen Vorteil hättet, wäre halt wirklich, dass ihr die Abkling-Zeit vom Akkern-Rad-Champion um 50% reduziert habt. Und meine Nase sitzt dicht. Ja, keine Ahnung. Hier habe ich noch einen Andariel. Das finde ich ganz cool mit Holly-Damage drin. Stärke, Attack-Speed prockt ja auch derbe krass auf den Dingens auf dem Crusader. Mit dem Bild hier. Ja, und dann halt, weil ich nur ein bisschen live haben wollte. Ich bin jetzt... Oh, tut mir echt leid. Das geht gerade gar nicht. Und bin jetzt nur bei 424k live. Mit dem Paragon-Punkten. Uh, ich habe einen Paragon-Punkt. Hurra, jetzt bin ich unbesiegbar. Nee, aber weiß ich nicht. Hier wollte ich auch noch eben umändern. Ich habe genug Crit-Chance, dann kann ich hier auf Crit-Schaden gehen. Ich weiß nicht, viele kannten das vorher auch noch nicht. Ihr könnt mit Shift und dann auf das Plus 10 Punkte gleichzeitig verteilen. Weiß ich nicht. Ich dachte, ich sage euch das mal. Werte ich im anderen Bild auch nochmal, wenn... Ja, hier, keine Ahnung. Ich finde, der Flächenschaden macht sich bei mir absolut nicht bemerkbar im Gameplay. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde, der macht sich echt nicht bemerkbar. Leben pro Treffer finde ich auf jeden Fall richtig geil. Vor allen Dingen, weil das Ding trifft wie Sau. So, jetzt habe ich auch, denke ich mal, genug euch voll gequatscht. Jetzt gehen wir doch einfach mal... Was machen wir denn? Ach, scheiß. Oh, gut. Gorak den Raufbold. Da gehen wir doch mal rein. Da wollte ich sowieso noch das Material haben. Da habt ihr schon mal gesehen. Da splittert er so ein bisschen. Und ihr seht, der Single-Target-Damage ist ein bisschen wenig, muss ich ehrlich zugeben. Wieso hatte der schon verteilt? Aber sobald mehrere Gegner da sind, geht das ab wie Schmitz-Katze hier. So, jetzt machen wir mal hier den Schuldbruch. Das war der gerade. So. Jetzt habe ich hier natürlich nur einzelne Gegner. Ihr seht, einzelne Gegner sind ein bisschen mühselig. Den ganzen Kack noch gerade einsammeln. Da hättet ihr jetzt zum Beispiel wieder 126% mehr Damage. Und ihr seht, ihr verbraucht absolut keine Wut dank dem Ger-Falken-Fuß. Hier haben wir jetzt zum Beispiel wieder einen einzelnen Gegner. Das ist noch ein bisschen nervig. Hier haben wir jetzt ein paar mehr. Ihr seht, wie das Schild hin und her springt. Wie bekloppt. Wir spielen hier T3. Es gibt ja immer noch einige Leute, die da echt extreme Probleme haben. Und das Ding springt hin und her. Und jetzt machen wir hier noch ganz entspannt den Himmelsfuro an. Also es ist echt ein wahnsinnig chilliger Bild. Auf Hör- und Qualstufen ein bisschen stressig, aber so. Schießen hier die Dinger rum auf einen einzigen Gegner. Die fliegen dann auf alle Gegner über. Jetzt habe ich den falschen Skill eingesetzt. Ihr seht, wie gut das funktioniert. Weg ist der. So, eine Heilkugel einsammeln. Muss hier nicht sonderlich konzentrieren. Das Equip ist auch noch längst nicht perfekt. Also es könnte wesentlich mehr Vita drauf sein noch oder All-Res. Aber ist alles kein Thema. Zack. Ja, ich hoffe mal, der Bild hat euch jetzt so gefallen. Ich finde ihn wahnsinnig cool, wenn die passenden Sachen dann droppen. Wie gesagt, ist so ein Bild, der auf jeden Fall Equipment-abhängig ist. Macht aber wahnsinnig viel Spaß. Ist total entspannt. Und danke fürs Anschauen. Ich freue mich dann schon aufs nächste Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Vielen Dank.